Heute sind wir wieder im Seepark Zülpich zum Jump in Park Tag. Das große Hüpfburgenfestival startet heute, was vom Samstag, dem 25. Mai, bis zum Sonntag, dem 2. Juni läuft. Neun Tage können groß und klein hier die 9.000 Quadratmeter große Attraktionen nutzen mit verschiedensten Hüpfburgen. Vom Kleinkinderspielbereich mit Karussell und Eisenbahn bis zu einer Quadbahn und Europas größtes Piratenschiff, aufblasbares Piratenschiff, einen großen Leuchtturm, verschiedenste Attraktionen zum Klettern und zum Hüpfen. Und beim Jump in Park Tag sind dann auch noch drumherum verschiedene Attraktionen, sei es Kinderschminken, man kann natürlich auch die Flying Fox Anlage nutzen. Und bei dem tollen Wetter, denke ich, haben alle viel Spaß und den wünschen wir auch allen. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. Es gibt hier im Hüpfburgenareal verschiedene Angebote, sei es Süßigkeiten, Pommes, Würstchen und auch unser neuer Strandkiosk. Unsere Strandbar ist neu eröffnet worden und auch da kann man sich mit Essen und Trinken versorgen. Kommt vorbei und nutzt das Angebot, das vom Samstag, dem 25. Mai, neun Tage lang bis zum Sonntag, dem 2. Juni dauert.